Ja, hallo YouTube, herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Fallout 4. Wir sind mit McReady hier bei MedTech Research und zwar suchen wir einen Heimenden für sein Kind, für seinen Sohn. Ja, und lassen uns dann mal überraschen, ob wir es wirklich finden. Gut, dann suchen wir mal dieses Hauptterminal. Sinclair meinte, dass man nur dort die Abriegelung der Einrichtung aufheben kann. Ja, dann such. Hier war ich auch schon mal, glaube ich, mit Strungel, ne? Und hier war nix los. Ah! Nun, die brauchen das Zeug ja nicht mehr. Kronkrupp, 38er, Stromfreuzeug. Könntest du mir den Rücken freihalten oder ist zu viel verlangt? Den Hauptterminal, meinte er, Sicherheitsalarm. Das kennen wir schon, das... Ich weiß, wo der war. Follow me. Ich glaube, ich weiß es noch. Ich hab's vergessen. Ist doch gar nicht so lange her, dass wir schon hier drin waren. Und da war nix los. Das wär's. Außer auch ein paar Krüle, aber... Kronekruppen... Staubsauger gibt es nicht ohne Grund, weißt du? Trommelwirbel bitte? Das Zeug hier könnte uns helfen. Dann geh mal weg. Den Wein, den können wir später trinken. Hier, zehn Millimeter Patronen. Kronekruppen, fünf Millimeter. Sicherheitsalarm. Nein, auch nur wieder. Das kann uns nix helfen. Zum Klocken. Cola. Das hört sich immer an. Hier ist das Hauptterminal. P-Tablet. So, Sicherheitsalarm. Luftschlossentür öffnen. Zugriff verweigert. Aufgepasst! Ja, was gibt's? Hey. Stimmt was nicht? Wir müssen nach oben. Jetzt seh ich das. Karte mal eben, ich mach diese... Das hier. Nein. Dieses Zeichen hier, das wollte ich mir kaum. Ach, was soll's. Ach, den wollte ich nicht mitnehmen. Hat sich der Purz-Roboter den Tag freigenommen? Sieht so aus. Krunkkaliber, 15,000 K-Klammern. Krunkkalken, Krunkkalken, Krunkkalken. Hier ist nix. Krunkkalken, 10 Millimeter. Krunkkalken. Krunkkalken. Krunkkalken, 45er. Ja, wir müssen nach oben. Ach, warum hab ich das genommen? Krunkkalken. Aber hier ist nur die Dusche. Wie kamen wir denn noch nach oben? Komm, MacReady. Aufzug. Oh, da gab's ne Treppe. Mit Aufzug konnten wir nach oben. Glaube ich. Dieser Aufzug ist außer Betrieb. Okay. Ähm. Nach oben. Wie kommen wir denn nach oben? Ich hab's vergessen. Ich mein, das ist erstmal oben gewesen auch. Hier gibt's kein Durchkommen. Hier gibt's kein Durchkommen. Ist außer Betrieb. Ist das alte Zeug was wert? Ja. Zum Bauen. Ich bin ein bisschen still, weil die Geräusche machen mich. Na. Da war einer. Aluminium. ist ja so. Ich bin ein bisschen. Also das noch. Hm. Dasidences. Wir müssen noch weiter nach oben. Es ist mir zu dunkel. Die Aufnahmen sind hinterher auch so dunkel. So, was haben wir hier noch? Büro, Stromkorten, Stromkorten. Und eine Futter in der Dose will ich nicht. Okay. Aufpassen, vielleicht übersiehst du hier, das habe ich letztes Mal auch gesagt, eine Wackelpuppe oder so. Hier ist nix. Kaugummi, brauchen wir nicht. Vor allem, den Teddy brauchen wir auch nicht. Kaffeetasse auch nicht. Zwing mich nicht, diesen Müll hier zu durchwühlen. Ich zwinge mich zu gar nix. Ich schaff. Ich schaff. Ich schaff. Plastikkabel. Ach, hier sind wir doch hochgegangen. MacReady, sag doch auch mal was. Oh, ich hinde fest. Also von da kann keiner mehr kommen. Die Musik. OP-Tablett. Stim-Bag. Wollen wir gucken. Was ist das? Das ist ein Loch. Kaffeekanne. Kronkoppel. Wodka. Coca-Cola. Kronkoppel 38er. Kronkoppel. Kronkoppel ätherisches Klebeband. Kronkoppel 5mm Königgeschies. MacReady, hier oben spielt die Musik. Muss ich alles alleine machen? Habe ich irgendwas übersehen? Ich habe Angst, Wackelpopo oder so. Hier auf dem Tisch. Nein, da auch nicht. Also sag mir Bescheid, wenn ich was übersehen habe. Coca-Cola, 44er. Da flog er weg. Kronkoppel-Klebeband, verstellbare Schraubenschlüssel, Aluminiumdose. Und? Noch mehr? Oder haben wir es erledigt? Ach. Seit wann sammelst du denn Antiquitäten? Ja, schon immer. Hast du es noch nicht gemerkt. Kronkoppel. Schaltzigaretten. Gut, weiter. Zebelometer. Ja, ich habe doch zwei hier. Glaube ich. Sind wir mit? Schau dir mal das Terminal auf dem Schreibtisch da drüben an. Hoffentlich funktioniert es in Clair's Code. Sonst sind wir am Arsch. Jakobs Passwort. Ne, Mann. Habe ich das vorhin nicht gesehen? Gesundheit. Der verdammte Staub fliegt mir direkt in die Nase. Baden. Whisky. So. Kohlkoppel-Familiter. Kohlkoppel-Familiter. Kohlkoppel. 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 Warte, bevor ich mir das ansehe. Okay. Aluminiumkanister. Da ist viel red. Okay. Passwort erforderlich. Sicherheitsalarm Alpha. Ja, das kennen wir ja schon. Überbrückung des Alarms aus. Betritt das Untergeschoss von Medtex Research. Okay. Gott sei Dank hat das funktioniert. Gehen wir runter ins Unter... Zusammenfassung des Verkaufsberichtes. Aktuelle Produktverkäufe. Mentalsverkäufe um 24% in Schulbezirken gesteigert. Fixerverkäufe um 12% in Gesäten. Zonen gesteigert. Neu-Produkt-Prognose. Präventverkäufe plus 250%. Prognose für 2078. Präventverkäufe plus 330%. 2079. Zusammenfassung der Forschungsberichte. Berichte Serie 77. Testsubjekte aus Experiment 9823 berichten über Haarausfall. Gegenmittel aus Experiment 4786 verursacht Zysten bei erwachsenen Testsubjekten. Na toll. Testsubjekte aus Experiment 2312 berichten von Erektionen. Aha. Die Länge als 4 Stunden anhalten. Kosten für die Beschaffung der Testsubjekte ist um 36% gestiegen. Systemalarm. Warnung aus der Zentrale von nuklearen Aktivitäten. Firmeninterne Kommunikationsverbindungen hergestellt. Noteindämmung aktiviert. Schoss. Dort sollte der Matic das Heilmittel aufbewahren. Benutzen. Alarm beendet. Eindämmungs... Bla bla. Eindämmungsabsperrung aufgehoben. Die Verwaltung hat die Eindämmungsabsperrung für diese Anlage aufgehoben. Das gesamte Sicherheitspersonal hat in Position zu bleiben. Bis weitere Anweisungen der leitenden Mitarbeiter erfolgen. Die Anwendung tödlicher Gewalt ist nicht mehr gestattet. Lüftschausen, Tür öffnen. Krupphocken, Klingwand, Tiftin. Hier noch was? Was zum Geier ist hier passiert? Alles verwüstet. Wir haben ganz viele Feinde oben. 10 Millimeter. Hatten wir hier nicht auch mal ein Notsignal? Nö. So, Alarm-Sicherheits-Türsteuerung. Türen öffnen. Haben wir. Tumsteuerung. Über ihr Verteilungssystem. Ausschließlich von ausgebildeten Personen genutzt werden. Nutzerbefehle sind auf die Aktivierung und Deaktivierung der mit diesem Terminal verbundeten Schutzthürmer beschränkt. Für alle anderen Funktionen wenden Sie sich bitte an einen lizenzierten Techniker. Jegliche Manipulation führt zum Erlöschen der Garantie und bewirkt eine Schallensersatzpflicht gegenüber dem Hersteller im Falle von Verletzungen und oder Tod von Nutzern. Nein, da war doch was wegen Türen. Türen öffnen. Eine Ahnung, wo die hin sind. Ja, die kommen jetzt. Oh mein Gott. Da kommst du ja gar nicht mal durch, wer wo was ist. Kronen gucken. 10 Millimeter. Tenergabel. Kaffeetasse. Ich muss ihm wahrscheinlich auch mal eine Nahkampfwaffe geben. Der ist ja sonst zu nix zu gebrauchen. Ich nehme Red X. Red X. Red X. Kronen gucken. 5,56er, Kochtopf. Kronen gucken. 10 Millimeter und Sicherung. Hier. Kronen für Sohnzellen. Stimpack. Blutpaket auch mitnehmen. Aluminium. Kronen gucken. Red X. Wollen wir nicht. Wir nehmen Kronen gucken mit. Kronen gucken. Kronen gucken. Hier drin muss es doch etwas geben, was ein paar Kronen gucken wert ist. Kronen gucken. Kronen gucken. Lange halten wir in dieser Strahlung nicht durch. Ja. Muss nicht nerven. Dann such mal das Heim. Ich weiß ja nicht, wo es ist. Hat sich der Kurzroboter den Tag freigenommen? Ja. Aluminium. Kronen gucken. Kronen gucken. Kronen gucken. Simpack aufbereitetes Wasser. Küchenwaage. Das hört sich so schlimm an. Das Geschmatz oder Gewatsche, was die da machen. Waren wir hier schon? Ja, hier waren wir schon. Da waren wir. Jetzt hier. Sturmkorn-Sturmfahrzeug-Sicherung. Peter, bitte. Kronen gucken. Über uns. Kronen gucken. Kronen gucken. P für Aluminium. Gut, weiter geht's. Pimpel. Für Gummiii. Da ist nix drin. Kronenkorken, zwei MM-Elektronen-Kartuschen und H-Klammern. Kronenkorken. Wir müssen hoch. Kronenkorken. Kronenkorken, Erkennungsmarke, OP-Tabletten. 10 mm Schallplatten, biometrische Scanner. Staubsauger gibt es nicht ohne Grund, weißt du? Das müssen wir nicht sagen. Kronenkorken. Was haben wir gehabt? Mutantenhundekäule, oder? Tepirat. Achso. Was hilft denn gegen... Dingens? Energie nur widerstehen. Ein kleines Stück. Nein. In die andere Richtung. Ja. Geschafft. Kronenkorken. Schraubpatronen. Sicherung. Level up. Kronenkorken, Klebeband. Diesen ganzen Wissenschaftskram kriege ich einfach nicht in meinen Kopf. Nee. Dann lass ihn aus deinem Kopf. Wir haben nämlich da... Ich spüre, dass du dich überhaupt beobachtet. Ja. Hier ist sehr viel Red. Kronenkorken, Erkennungsmarke. Kronenkorken, 38er. Kronenkobermarke. Kronenkorken, 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 38er. Schachbett brauchen wir nicht. Schlecken wir jetzt nicht mit. Geh mal beiseite. Oh, danke. Nix. Nix, nix, nix. Kronenkorken. Da ist auch nix. Becher, Glasständer. Okay, nehmen wir mit. Küchenwagen. Wieso? Nee, da ist kein Suchtding dran. Halt endlich die Klappe. Das war der letzte Fehler deines Lebens. So, Aluminium. P-Tablet. Kronenkorken. Kronenkorken. Sips. Ja. 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 Da ist wahrscheinlich das Alarm beendet. Jetzt lassen wir alle Pule raus. Ich dachte immer, diese Computer sind reine Zeitverschwendung. Müssen wir alle jetzt entsperren? Wieso nicht? Maul. Nein, Nulltreffer. Das ist das auch nicht. Spot. Zwei Treffer. Das wär's. Okay, Sicherheitstürsteuerung öffnen. Für die Punkte. Obwohl nichts drin ist, aber nein. Für die Punkte machen wir das doch gerne. Zeit zum Sterben. Ist es jetzt auf? Du legst dich mit dem Besten an. Ja, mach mal. Das war nicht mal die Kugeln wert. Tja. Umgucken. Hier ist nochmal ein Sperren. Das haben wir hier. Scannt. Eintreffer. Rest Null. Scannt, scannt. Size. Auch nur ein. Okay, das heißt. Mal suchen. Na, hier ist nix. Da auch nicht. Da auch nicht. Hier ist was. und hier. Okay. Da ist nix. Ja, ja. Level up. Das brauchen wir jetzt nicht. Ein anderes Mal. Einmal. Einmal. Noch einmal. So, was haben wir denn? Ach ja. Keine vier Versuche wieder. Was war das, was hatte? Ja, hier noch. Nein. Okay. Okay. Versuchsobjekte waren das. So. Bows. Drei Teffer. Das muss ja jetzt gehen. Keine nur Z, E, O oder B, Z, E. Okay. Okay. Doin. Boat. Doin. So. Und. Mach dir auf. Leichtstift. Naja, nur wegen den Punkten. So. Komm. Dann bleib da. Na, bleib wirklich unten. Wo fahren wir denn hin? Oben, unten. Oh. Riecht grauenhaft. Ich glaube, wir sind seit langer Zeit die Ersten hier unten. Je eher wir das Heilmittel finden, desto schneller sind wir hier wieder weg. Dann fang an zu suchen. Ich schaue in der Zeit, ob wir etwas Nützliches finden. Krug und 440er. Okay, den Börben nehmen wir mit. Klebewand. Frag mich nicht. Ich weiß es nicht. Gehen wir erstmal in die Richtung. Stimpack. Aber hier kommen wir sowieso nicht weiter. Okay. Dann ist das nur die einzige Richtung. Die geht nicht auf. Er öffnet das Feuer! Ja, ist gut. Ich muss aufpassen, ich verletze mich auch selber. So, das ging aber einfach. Das muss ich auch mal sagen. 2mm, 38, 44, 38, 5mm, 2mm, 44, 45 und lauter 10mm. Sympack aufbereitetes Wasser, hier diese melzischen Dinger und da, was haben wir da drin? Ah, Handschellen. Okay. Kohlkotten, 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 Vortex, Nudelschale, Terminaldes, Kohlkotten. Auf Scanner und Stummvollzug. So. Gesundheit. Protektorungssteuerung. Persönlichkeitsmodus auswählen. Äh, erste Hilfe. Einhalt aktivieren. Bitte weisen Sie das Personal in der Nähe der Auflaststation am Platz zu machen. Gut, der verdammte Staub fliegt mir direkt in die Nase. Wo geht's denn hier hin? Noch tiefer nach unten. Warte, 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 warte. Können wir die nicht da rausholen? Nee, das Glas geht nicht kaputt. Boah, das hier ist kaputt gegangen. Deswegen. Oder war kaputt. Boah, aufpassen mit Schießen. Eine recht... Initiiere Suche nach feindlichem Ziel. Müssen wir jetzt vor ihm aufpassen. Das war blöd. Jetzt müssen wir runter. Hier runter oder andere Seite? Ach, gehen wir mal hier runter. Kommt doch fast gleich raus. Bisschen Mut. Geht da auch tiefer runter. Ich weiß nicht, warum ich die mitnehme. Schalt sie aus! Bitte gehen Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit in Deckung, bis der Gesetzesbrecher keine Gefahr mehr darstellt. Aber die Tür ist doch zu. Das ist der falsche Tag, mir blöd zu kommen. Bitte treten Sie vor und geben Sie sich zu erkennen. Rechtschaffende Bürger haben nichts zu befürchten. Fürchten Sie sich nicht, die Ordnung wird in Kürze wiederhelfen. Einfach so verschwinden? Im Ernst jetzt? Sie haben Sie etwas Geduld. Noch immer nicht genug. Das wird nicht lang dauern. Ja, ihr zwei habt Probleme. Die sind doch da eingesperrt. Guck mal, der kann doch gar nichts machen da. Aber wir müssen noch tiefer. Und die Musik ist wieder sehr laut. Äh, ja, das war wohl nix. Rechtschaffende Bürger sollten den Bereich bitte verlassen. Ah, du nervst. McGeery. Hier geht es nicht weiter. Schießt sie gleich hin. Und zum Geier ist der hin? Der ist da. Ja, ich habe keine Ahnung. Es geht hier nicht weiter. Da ist auch noch einer. Irgendwas übersehen. Verlassen Sie den Bereich, bis die Ordnung wiederhergestellt wurde. Oh je. Tun, Sicherheits-Türsteuerung. Ja, muss auch das machen. Geöffnet. So, und nun Sicherheitsschlüsse freigegeben. Türen werden geöffnet. Ach, alle. Muss ich öfters noch. Dann lassen wir mal alle raus. Wird jetzt jede Tür geöffnet hier. Einzel. Oder mache ich was falsch? Ihre Suche nach feindlichem Ziel. Hey! Was zum Teufel war das? Monster. Du bist der verdammten Zauberer! Feindliche Ziel identifiziert. W吻 es hier nicht. Hinterfliege da schnell. Weiß nicht. Das wurde uns hier erledigt. Feindliche Ziel entdeckt. Ja, da. Wo ist er? Kronkorn, Ölkanister, dann haben wir hier einfrieren Flammenwerfer, verursacht 10 Punkte Kryoschalen und frizille bei kritischen Treffern ein. Sehr gut. Kronkorn, Brennstoff, Superkleber. Jetzt. Aufgepasst. Was geht? Kommen du aus Sparkasse MacReady stets zu Diensten. Ich habe was für dich, kannst du haben. Waffen. Die Waffe hier, die kannst du nehmen. Brauchst Brennstoff. Gibt auch Munition. So. Nimmst du denn die Waffe auch oder ist das bei dir verschwindet? Aha. So. Vielleicht hast du ein bisschen mehr Erfolg vom Nahen. 38er, Biometerscanner. Ach, ich muss ihm noch was geben. Ich muss dir Schrott geben. Aufgepasst. Ja klar, lass uns handeln. Ich gebe dir Schrott. Schicke Haarbüsse. Jetzt lass uns mal überlegen, wo wir hin sollen hier. Das wird ja sonst gar nichts. So. Aber hier ist irgendwo ein Durchbruch. Genau. Es war noch ein Durchbruch. Aber ich glaube, hier? Ne, hier nicht. Andere Seite? Ah, hier. Noch darf untergehen können. Komm, hocken. So. So. Wo soll's denn sein? Hier drin muss es doch etwas geben, was ein paar Kronkorken wert ist. Ich sammle schon wieder, obwohl wir fast voll sind. Ich sollte lieber mal schauen. Ob wir nicht. Ja. Hast Glück gehabt. Ich schneide sie ab. Dann mache ich mal ein bestätigter Abschuss. Schruppekon. Kronkorken. Kronkorken. Kaliber 50. Kronkorken. Kronkorken. Hier muss es aber doch eine Wackelpuppe oder so geben. Auch bereits das Wasser. Kronkorken. Kronkorken. Ja, ich suche was. Weißt du, McRae. 374 Dollar. Sehr schön. Ne, von da sind wir gekommen. Wir haben es runter. Kein, komm hier, keine Wackelpuppe. Ambelübel. Kronkorken 38er verrückt und Seife. Hey, ja. Kronkorken 38er. McReady, kannst du das nächste Mal ein bisschen schneller machen, bevor ich eine draufkriege? Danke. Da wie mich. So. Ich vollsuppel mit Wasser hier. Den hatten wir schon. Fusionsbeutel brauchen wir nicht. Nix. Keine Wackelpuppe. Also wenn ihr eine gesehen habt, gebt mir bitte Bescheid. Da müssen wir rein. Wahrscheinlich. Aber ich will eine Wackelpuppe. Sonst gehe ich hier nicht weg. Kronkorken auf die Kilometer. Man zieht ein Kanister. Wenigst etwas. Okay, wir müssen da rein. McReady. Komm. Da. Rein. Turmsteuerung erstmal. Zwei Einheiten. Über ihr Verteilungssystem. Ach, aktivieren. Verbundeneinheiten. Verteilung. Bitte. Ach, lass doch. Ich will die Sicherheitstür öffnen. Tür öffnen. Hier drüben ist nichts. Komm. Diesen ganzen Wissenschaftskram kriege ich einfach nicht in meinen Kopf. Stimpack. Stimpack. Aufbereitetes Wasser. Kronkorken. 38er. Verschreitetes Blut. Nukleares Material. Ich wollte schon sagen, da ist noch was. Zwei Meter Superkleber. Und was haben wir hier schönes? Buff Out. Und hier haben wir Aluminium. Kronk-Uttosionszellen. Schrotpatron. 45er Patron. 38er. Spätergrad. Kryomine. Schnell. 45er Inko. Volt Uhr. Vor Kriegsgeld. Kannst drinne bleiben. Kronkorken nämlich mit OP-Tablet. Knochenfri... Ne. Ja, hier. Das ist ja wieder hier... Ja, oh ja. Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja. Mikroskop. Da verschmeiß ich alles andere weg. Aber Mikroskop nehmen wir mit. Möchtest du unbedingt zu leuchten anfangen, oder was? Danke, dass du mich daran erinnerst. Ich habe Glas... Ich habe Glas... Dinge... Ne. Geh mal weg da. Geh doch mal. Oh ja. Oh, oh, oh. Mikroskop. Medex. Und... Mikroskop. Und... Die wollte ich nicht. OP und das. Und was ist denn hier drin? Ja. Okay. 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 Verhindern. Nett. Ah, nehmen. Ja, gleich, wenn ich hier alles ausgeräumt habe. Spreche ich mit ihm. Ich will eine Wackelpuppe! Schattelzigaretten. OP-Tablet. Ach, Knochenkopf. Schade. Also, falls es hier eine Wackelpuppe gibt, sagt mir Bescheid. Ich gehe nochmal hierher. Das kann nicht sein. Wie ist Ellen jetzt da raus? MacReady, komm. Was willst du? Nimm das hier, MacReady. Schade, wir haben es geschafft. Wir haben Duncan gerade eine Überlebenschance verschafft. Ich weiß nicht, ob ich das je wieder gut machen kann. Ich stehe tief in deiner Schuld. Ausgeglichene Bilanz. Da kann ich keinen Vertrag. Deinen Sohn heilen. Mir geht es nur darum, dass dein Sohn wieder gesund wird. Das weiß ich doch. Ich will nicht immer nur nehmen, sondern auch geben. Vielleicht bekomme ich das eines Tages ja hin. Aber jetzt müssen wir noch das Heilmittel zu Daisy in Goodneighbor bringen. Sie hat Karawankontakte. Nur ihr traue ich es zu, das Mittel rechtzeitig zu Duncan zu bringen. Das ist der letzte Gefallen, um den ich dich bitten werde. Versprochen. Gehen wir. Abgeschlossen. Ja. Gut. Jetzt geht's raus hier. Ich sehe gerade, ich habe schon fast eine Stunde mit MacReady hier verbracht. Ja. Aufzug. MacReady. Naja. Haben wir seinen Sohn gerettet. Und das ist ja auch was. So. Auskommen. Zum Korken. Aber wenn ich ehrlich bin, will ich jetzt nicht nach Goodneighbor. Ja, genau. Das will ich nämlich jetzt nicht. Komm und. Öffnen. Das machen wir im nächsten Park nämlich. Ich bin nämlich voll beladen. Aber wäre es mir lieb, wenn wir erstmal abladen würden irgendwo. So sehe ich das nämlich. Aber wie gesagt, erst im nächsten Part. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Daumen hoch, Kommentare, Tipps, Tricks. Falls ich was hier übersehen habe, bitte sagt mir Bescheid. Ansonsten bleibt mir nur noch eins zu sagen. Ich bin weg. Adios. Ich bin, wir leid. Damit gehören Os iPhone. Oder bis zum Korken